Kassierst du auch zu viele Gegentore und verlierst daher Spiele? Mit den 5 defensiven Tipps aus diesem Video wirst du deine Verteidigung sofort verbessern. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. Wir schauen uns gemeinsam in diesem Video an. 5 defensive Tipps, damit du weniger Gegentore kassierst und somit mehr Spiele holst. Und der erste Tipp ist, den Weg zum Tor blockieren. Das heißt, unsere allererste Devise, unser allererstes Mindset im Verteidigen ist immer den gefährlichsten Weg zum Tor blockieren. Wir wollen nicht drauf gehen. Du siehst hier, was passiert, wenn du zu aggressiv auf den Gegner gehen willst, wenn du zu aggressiv in den Passweg gehen willst. Lieber einfach abwarten, den gefährlichen Weg blockieren zum Tor und dann kommen die Bälle zu dir und du hältst hinten sauber. Tipp Nummer 2, hole Spieler manuell nach hinten und hole am besten angreifende Spieler nach hinten. Also unser Ziel ist ja, den Weg zum Tor zu blockieren. Das machen wir natürlich am besten, wenn unsere 4er, 3er, 5er Kette, was auch immer und unsere ZMs oder ZMs, die davor verteidigen, nicht direkt an den Ball gehen müssen. Das heißt, wir wählen immer entweder über die linke Schultertaste oder über den rechten Steak. Wählen die Spieler an, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, ZOM, Stürmer. Und solange es noch geht und die nicht völlig weg vom Schuss sind, versuchen wir lieber mit denen hinterher zu kommen. Denn erstens der Vorteil, du kannst mit denen viele Bälle gewinnen und zweitens noch ein Vorteil, du hast dann immer noch deine Innenverteidiger und deine ZMs, wenn du es wirklich schaffst mit den ZOMs, Stürmern, Außenspielern zu verteidigen, sodass die auch noch Schüsse aufs Tor blockieren können. Dritter Tipp, Running Jockey abdrängen. Ich weiß, viele machen das schon von euch, aber macht ihr das wirklich in allen Situationen? Für mich war das ein absoluter Game Changer und zwar sprechen wir vom Abdrängen. Abdrängen bedeutet ja, dass wir die linke untere Schultertaste, also L2 und LT und im Running Jockey, also im laufenden Abdrängen gleichzeitig noch R2, also RT benutzen auf der Xbox und mit L2 und R2 gleichzeitig gehen wir in diesen Verteidigungslauf und wir haben den Vorteil, dass wir dann einfach größer sind. Du siehst, wenn ein Spieler normal steht, ist der relativ schmal. Sobald er in den Verteidigungslauf geht, wird er breiter. Das heißt, wir haben eine höhere Chance, Pässe abzufangen und wir sind besser manövrierfähig. Das heißt, wenn wir mal zu sehr reagieren auf einen gegnerischen Skill-Move oder so, haben wir immer noch die Chance, wieder zurückzukommen und diesen Verteidigungslauf, den kannst du perfekt üben. Dazu kannst du die Skill-Games nutzen. Ich wurde das ein paar Mal in den Kommentaren gefragt. Wenn du unter Spielen gehst, unter schnelles Spielen und da gibt es ja die schnellen Spielmodi und da findest du in FIFA 22 die Skill-Games und da kannst du bei den Defensiven einfach anfangen mit denen im Weg. Das reicht schon hier. Kannst du wieder beide Schultertasten benutzen, um in diesen Verteidigungslauf zu kommen und dann in die Pässe wegzugehen. Und was du gut hier üben kannst, ist, dass du erst reinsprintest mit R2, RT dahin, wo du sein willst und kurz bevor du an diesem Punkt bist, hältst du dann auch noch L2 gedrückt, sodass du in diesen Abdrängen kommst und dann die Welle perfekt abfangen kannst. Kennt ihr das? Diese ganzen tiefstehenden Gegner, die teilweise mit vier Verteidigern in eigenem Sechzehner sind und davor noch Mittelfeldspieler haben. Das ist für uns gar kein Problem, wenn wir unser Spiel sicher aufbauen und das ist tatsächlich hier der defensive Tipp, dass wir keine gefährlichen Ballverluste haben. Zum Beispiel hier mit den ZMs, die kannst du sehr, sehr gut nutzen. Egal welche Formation du hast, du hast ja meistens zwei ZMs oder sogar drei ZMs beziehungsweise ZTMs zur Verfügung. Und mit denen kannst du abwarten, hin und her spielen. Bis dann wirklich der Weg frei ist in den Sechzehner und dann erst diesen Pass spielen, damit du keine unnötigen Ballverluste hast. Denn sehr, sehr viele Gegentore bekommen wir ja nach Kontern. Wenn du mal im Aufbau Probleme hast, kannst du einfach hintenrum über den Torwart spielen, kannst kurz auf dem Radar checken. Aber normalerweise ist der Torwart immer frei und dann kannst du von einer Seite zurück zum Torwart, dann vom Torwart aus auf die andere Seite spielen. So machst du das Spiel sehr, sehr breit und hast auch die Chance, unnötige Ballverluste zu vermeiden. Denn gerade im eigenen letzten Drittel, also in deinem ersten Drittel und im letzten Drittel für den Gegner, da wollen wir natürlich absolut keine Ballverluste, weil die sind komplett tödlich. Und deswegen den Ball lieber auf die Außen, denn wenn wir da den Ball verlieren, dann ist der Weg zum Tor für den Gegner weiter als aus der Mitte. Und so haben wir auch wieder einen Verteidigungstipp in der Offensive. Um diese freien Spieler zu finden, kannst du auch immer den Radar nutzen. Plus, meine absolute Empfehlung ist die Koop-Kamera. Die Koop-Kamera ist sehr hoch und sehr weit. Das heißt, du siehst sogar ohne den Radar viele Spieler und findest so deine passenden Anspielstationen. Nächster Tipp, deine Taktik. Deine Taktik kann natürlich eine stabile Defensive supporten. Du weißt, man kann mit dem Deep Head ingame die Taktik ändern, ohne dass deine Spieler Chemieverlust haben. Und ich empfehle dir, wenn du sagst, dein Potenzial ist vor allen Dingen noch in der Defensive, dann empfehle ich dir eine 4-2-3-1. Ich habe meine auf zurückfallen lassen, weil das ist meine Taktik ab der 70. Minute oder so, wenn ich führe, um das Spiel über die Zeit zu bringen. Ansonsten würde ich die auf ausgeglichen packen. Ich verlinke dir hier auch nochmal und unter den Videos alle Details zu dieser 4-2-3-1. Was ganz, ganz wichtig ist, dass du immer eine Formation hast, in der du mindestens zwei ZMs hast, so wie ich hier, Sisoko und Fred. Weil dann hast du einfach, egal ob Dreier-, Vierer- oder Fünfer-Kette, vor dieser Kette Spieler, die dafür sorgen, dass du mit denen verteidigen kannst, so wie du es hier in diesem Video gesehen hast, damit du immer noch deine Innenverteidiger hast, die dann im 16er oder vorm 16er blockieren können, wenn der Gegner durchkommt aufs Tor. Am meisten steuerst du ja selbst die zentralen Mittelfeldspieler im Verteidigungslauf, im Abdrängen mit den beiden Schultertasten. Achte darauf, dass die mindestens mit einem Shadow so um die 85 Sprintgeschwindigkeit haben. Denk dran, Antritt ist nur die Geschwindigkeit auf den ersten Metern. Danach zählt vor allem die Sprintgeschwindigkeit. Und dann, zusätzlich zu den Verteidigungswerten, ist ganz, ganz wichtig, dass die eine hohe Beweglichkeit und hohe Balance haben. Deswegen finde ich Fred so gut, weil Balance und Beweglichkeit zählt auch als die Stats für den Verteidigungslauf. Ich empfehle dir halt die 4-2-3-1 für eine defensive Taktik, weil dann hast du eine 4er-Kette, wo du vier Spieler hast, die hinten bleiben bei Angriffen. Das heißt, du bist da relativ gut abgesichert, hast diese zwei Spieler in der Mitte. Bei denen könntest du noch einen machen, auf Passwegen zustellen. Das wird dir auch nochmal helfen, eine ernährgerischere Defense zu haben und mehr Bälle abzufangen. Und so kannst du das mit deiner Taktik nochmal supporten. Bonus-Tipp in diesem Video, Konterverteidigen. Ganz, ganz wichtig, wenn du Konterverteidigst, deine erste Option, wenn du den Spieler wechselst, das ist eigentlich schon ein eigener Tipp in sich, vorm Spieler wechseln in der Defensive, immer dafür sorgen, dass der linke Stick nach hinten zu deinem eigenen Tor zeigt, weil sonst passieren diese Manöver, dass du einfach rausrennst. Und dann bei der Konterverteidigung, erste Option, nach hinten laufen, den gefährlichsten Weg blockieren und vor allen Dingen den Gegner zu den Seiten abdringen. Wir haben ja gesagt, wir wollen zum Beispiel unsere Offensive über die Seiten spielen, damit der Weg für den Gegner zu unserem Tor länger ist. Und deswegen wollen wir ihn natürlich auch vom Tor abbringen in der Defensive. Das heißt, erstmal nach hinten laufen und dazu, wie gesagt, Spieler nutzen, wie deine Außen-Mittelfeldspieler und natürlich auch deine Außenverteidiger, damit du in der Mitte weiterhin kompakt zentral stehst und dort alles blockieren kannst. Weil viele Gegner so tief spielen und auf Konter aus sind, empfehle ich dir natürlich auch Innenverteidiger, die über 85 Sprintgeschwindigkeit haben. Zum Beispiel Godfrey, der hat 99 Sprintgeschwindigkeit mit einem Shadow. Das ist für das Budget nicht zu toppen und weil halt diese Gegner so krass darauf spielen, auf diese Bälle in den Lauf durchgesteckt, musst du halt auch auf Geschwindigkeit setzen und deswegen würde ich immer einen schnellen Verteidiger einem vorziehen, der bessere Defensiv-Stats hat, denn die Geschwindigkeit ist wirklich alles, was entscheidet. Denn wenn du nicht in der Position bist, weil du zu langsam bist, helfen dir auch nicht die besten Defensiv-Stats, um dann noch zu recovern und in die Verteidigung zu kommen. Um dein volles Potenzial aus der Defensive rauszuholen, verlinke ich dir hier nochmal die 4-2-3-1, mit der du stabil stehst, aber auch nach vorne viele Chancen kreierst. Abonnier auf jeden Fall den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin Ross, der Marvin, Servus. Ciao, ciao!